hallo und recht herzlich willkommen zurück hier im bau simulator mein name ist stefan und ich begrüße auch den lieben simon der mit mir zusammen hier versucht die restlichen zehn prozent mittlerweile noch zu bekommen hallo simon stefan ja die restlichen zehn prozent die sind ich glaube das schwierigste hier ich glaube auch dass die profis unter euch hier im bau sind sich über uns die hände zusammenschlagen und denken auch gott die zwei die können nix und wieder nix aber das ist dann richtig so hey acht prozent ja so sieben prozent ja so langsam so langsam aber sicher wird so langsam so langsam ja so fünf prozent wir nähern uns so langsam aber sicher an so langsam aber so langsam aber jetzt auch du hast es es gut du hast du hast du hast 3% 2% 3% wieder runter ich hänge fest ne geht schon so Mensch, du. Ein Prozent. Na? Vielleicht, dass ich hier so ein bisschen blöd rumfahre. Irgendwo müssen wir nochmal... Irgendwo ein Prozentpünktchen müssen wir irgendwo herholen. Das ist halt die Frage, woher, ne? Ja. So. Ja, Mann, du. Ah, dieses ist eine Prozent. Aber ich... Ich könnte dir ja nicht sagen, wo es fehlt. Hier war ein Hubbel. So, ich will aus dem Blauen draußen. Oh, nee, oder? Einiger steht hinten drauf. Wer hat das so blöd dahingestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, du. Würden wir sagen, der wurde zuletzt den LKW hatte, oder? Nein. Nein. Naja, also wenn man ganz genau guckt. Die Kleben sind nicht wirklich zu, aber ist okay. Super macht er das, der Simon. Das ist ja... Das ist echt klasse, wie er das macht. So elegant. Graziös. Ja. Baustelle räumen, okay. Wir hatten hier den Minibagger stehen lassen. Mann, 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 Mann. Einmal mit Tofis arbeiten, du, sage ich dir. Aber echt, ey. Ja, hier eine Katastrophe. So. Ja, nee, ne, da muss ich ja die Lärmschutzpfeiler da holen, oder was? Ja. Warte. 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 Wo fährt der mich hin? Ach, da hinten zum Bauhof. So. Ja, gut. Let's get it on. 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 Okay. Okay. Und, also wer bei mir im Chat ist, der sieht, dass der Lkw doch bissle arg in Bewegung ist. Und der klitscht bissle hin und her. Bei dir auch, Simon? Nein. Oh. 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 Ganz schön. Interessant. Boom, boom. Boom, boom. Kleiner Satellit. Ui. Aua. Das tut doch weh. Was tut weh? Das musst du dir angucken, du. Wenn ich da mal die Shorts hochlade, das ist interessant. Okay, bin ich mal gay-spannt. Gay-spannt? Ui. 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 Also hauptsächlich geht's um den Anhänger, der immer wieder in den Arm rein glitscht. Das ist ja schon gefühlt normal hier im Bausim. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, das gehört irgendwie zu dem Spiel dazu. Ja. Ja. Also ich kann's mir wirklich nicht vorstellen, dieses Bausimulator. Fehlerfrei. Das ist irgendwie für mich ein Unding. So in Ansicht und der Liebe Uiuiui. Und der Liebe Uiuiui. Das melde hier, das zitert ganz schön. Aber es zitcht zu. Und der Simon hängt da vor dem Lenkrad drin. Sehr schön. Ja. Das machen wir erstmal ein paar Meter. Mhm. Uiuiuiuiuiui. In der Formel 1 die Körbs mitnehmen. Mhm. Ja. Auf geht's, ab geht's zum Bauhof. Oh, bei dir ist das Fahrzeug ganz normal? Ja. Vielleicht hat das was mit meiner Internetleitung zu tun. Ja, du bist ja der Host. Ja. Der Horst. Der Horst. Der Horst, ja. Interessant auf jeden Fall. Ich nehme gerade jede Abkürzung, die ich nehmen kann. Mhm. Gucken wir mal, ich finde bei den Einstellungen, ob ich da was machen kann. Das haben wir schon des Öfteren entdeckt, dass da ja so ein paar Glitches sind. Ja, ja. Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung ist eine gute Ahnung. Ja. So. Da kommt ein Kreisverkehr. Aua. Ey, du machst das ganze Auto hier. Auto weggehupt. Gleich zwei eliminiert. Naja, was fand ich mir auch blöd im Weg rum, ey. Ja, das war ganz ehrlich. Da ist immer schon unser Straßenstück, wo wir gebaut haben. Sehr schön. Ui, 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 ui. Wo fährt denn der entlang hier? Endlich da. Na klar. So. Oh. Falls du so nicht gesehen hast, der Anhänger passt. Das können wir jetzt auch. Okay. Okay. Also, falls du so nicht gesehen hast, die Platten passen farblich super zum Anhänger, ne? Ja. Der durch die Gegend springt. Ja. Weiter nach vorne, sonst passt nicht beide drauf. Na, da springen die Anhänger hier, ne? Ja. Hey, das ist ganz schön. Ganz schön schwierig hier. Runter und dann zurück. Bisschen runter. Und jetzt zurückziehen. Damit du ein bisschen weiter vorst. Jetzt. Genau. Perfekt. Ah, das macht doch super. Super. Das macht doch super. Aber ich bin ja mal gespannt, ob ich das auch alles so super lade kann. Ich denke schon. Weil, ich kann nur eins sagen. 5, 4, 3, 2, 1.